Okay, Genosse, hier ran, gehen wir! Viel Glück, Genosse! Genosse, hier, gehen wir! Ich glaube, sämtliche Russen wurde der Mumma aus den Knochen genommen. Weiter, gehen wir drehen! Ich habe einen! 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 Ich habe meinen, den ich geboten habe! Eure Freund! Wollt ihr Karriere voll? Kommt uns aber eure Frau und Kinder! Da draußen, Wimmel, das davon zieht! Hey, du Idiot! Tag das hier! Genossen der großen Sowjetunion! Wir haben nichts gegen die russischen Soldaten! Wir kämpfen... Juri! Mir folgen! Da ist eine MGS-Reihe! Können wir eure Freunde überhören? Überhören! Sie erschießen uns! Wir schießen uns! Wir schießen uns! Lade nach! Deutsche! Oben im ersten Start! Gib an auf! Feuerherr! Sie ist ein Warngebäude, Genossen! Das geht, Genossen! Wir bieten den Russen! Da ist eine MGS-Reihe! Die erste Forderung! Und sie ist eine MGS-Reihe! Die Jungs-Reihe! Dann erwähnt! Sie ist eine MGS-Reihe! Dann schießen uns! Wir schießen uns! Drei-Warsch! Feindliche Infanterie, im ersten Schuss, erste Infanterie, im ersten Schuss und gesetzten Schuss, wir machen uns keine Läger mehr. Körbeinen, Körbeinen, Boden! Körbeinisten, erster Stock! Wir nach! Ich bin die Rednerin, ich bin die Rednerin, ich bin die Rednerin, ich bin die Rednerin! Hab einen! Weitere Kiebswaffe, hohen Westen, Stopp! Haltet ihren Gegenangriff auf, Genossen, um jeden Preis! Wir werden diese Position nicht noch einmal verlieren! Südwesten, Kono, Weinten, da drüben bei dem LKB, auf unserer linken Flanke! Hörbein! Hörbein! Gehen Sie in Deckung! Ach! Wir sind nicht zufrieden, wir sind nicht zufrieden, wir sind nicht zufrieden. Wir sind nicht zufrieden, 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 wir sind nicht zufrieden Feindliche Infanterie! Vorsicht aus dem Süden! Kjotl! In Deckung! Feindliche Infanterie! In der Wehr der Warnschiene! Deutsche Granate! Los weg! Sowjetische Koffen! Feindliche Infanterie! In der Wehr der Warnschiene! Südöstlich von uns! Oh Mist! Feindliche Infanterie! Bei dem Gütelwagen da drüben! Neben den Darmschienen! In der Wehr der Warnschiene! Feindliche Infanterie! Deutsche Truppe! In der Wehr der Warnschiene! Feindliche Infanterie! Feindliche Infanterie! Südöstlich von uns! Maschinengewehr! MG2! Kommunisten! Erdgeschoss! Feindliche Infanterie! Am Kellerfeste! Feindliche Infanterie! Am Kellerfeste! overarching�� musik! Anläufe! 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 Feindliche Infanterie! Weißen Sie mit Ihren Haken tucken aus! Anläufe! 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 Feindliche Infanterie! In der Nähe des Dieflades! Südöstlich von uns! Anläufe! Protagonist! Anläufe! 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 Wir! Schnell, weg zu Gäbertrung! Lass alles! Deutsche! In der Nähe der Maschinen! Höchst nicht von uns! Da liegt deine Ecke! Deutsches Versorgungslager! Auf ganz die Ecke des Bankgeländes! Feindliche Infanterie! Auf der anderen Seite der Kiste! Passt nicht von uns! Auf der anderen Seite der Nachladen! Gehen Sie in Deckung! Sie kommen! Sie kommen! Höchst nicht von uns! Höchst nicht von uns! Höchst nicht von uns! Höchst nicht von uns! Wir machen euch fertig! Feindliche Infanterie! In der Nähe dieser Kiste! Na los, schaltet sie aus! In der Nähe der Maschinen! In der Maschinen! In der Maschinen! Hanna Boden! Ja! Hanna Boden! Hanna Boden! Was ist das, was ist das? Nordöstlich von uns! Fischer! Schnell! Deckung gerne! Ich muss nachladen! Fischer! Schnell! Deckung gerne! Ich muss nachladen! Wir folgen! Kommunisten, bei den Sand Sekundar. Feuer auf die Truppen konzentrieren. Da ist deine M-G-42. In den E-Bahn, befahren. Kommunisten, bei den Sand Sekundar. Feuer auf die Truppen konzentrieren. Aya, geht sie dämmen. Die Deutschen, neben den Sand Sekundar. Süd-östlich von uns. Feindliche Granate. Mann am Boden. Verliert, Feuer auf. Neben den Sand Sekundar. Süd-östlich von uns. Feindliche Infanterie. Schickt in der kaputten Mauer. Hatsch nicht von uns. Oleg! Stehen mit den Ebeln! Sie muss nachladen! Wir haben nach! Hinter uns! Na, bei mir bleiben! Ich komme mit. Gut gemacht, Genossin. Das sollte für Sie erstmal reichen. Ohne Frage kommen Sie in ein paar Stunden zurück. Lasst uns zum Bahngebäude zurückgehen. Los! Musik DAS Musik DAS